Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen bei einer neuen Folge eines Podcasts mit mir und den Benjamin, der heute auch wieder mit dabei ist. Hallo! Und zwar geht es heute in den Podcast Traumberufe. Welche Traumberufe habt ihr? Welchen Traumberuf hattest du denn so als Kind so im Kopf oder auch heute noch so, ja welchen Traumberuf oder welchen Traumberuf schwebt ihr denn so vor? Ähm, ich muss echt wirklich dann, ähm, wo ich das Thema mir ausgesucht hab, oder wie ihr das Thema ausgesucht habt, muss ich mich erstmal wieder ein bisschen überlesen. Weil, es war eine lange Zeit, so, ich bin jetzt 22 Jahre alt, 15 Jahre, 17 Jahre, war ich ja gerade erst noch so 5, 6, 7 Jahre alt. Und auch da entwickelt man ja schon ein bisschen, was man vielleicht mal werden möchte. Und ich weiß nur noch, dass ich damals, ähm, sehr viel auseinandergebracht hab. Und dann diese Sache zum Beispiel von einer Karte genauer mir angeschaut hab, aber was ich nie hinbekommen hab, die Sachen, was ich auch einander gebaut hab, wieder zusammen, wieder zusammenzusetzen. Ja, so ähnlich, äh, ich kenn das auch, äh, das kenn ich selber auch noch, äh, ganz gut, äh, krieg ich teilweise heute immer noch nicht hin. Ich merk schon, äh, du hast dich schon, äh, früh, äh, als, äh, Kind sag ich mal, sehr technisch, äh, in die Richtung, äh, bewegt. Ähm, ähm. Und, ähm, wann fing das an, äh, so in die Richtung, äh, ich, äh, mach mal was... Gerade an dich, wach, warte, oder womit wird dann denn dein Beruf überhaupt, ob wir da jetzt überhaupt weitersprechen? Oh, ähm, ähm, da muss ich, äh, ziemlich weit zurück, äh, zurückrudern, äh, das war sieben, acht Jahre, also 96, 97 war das, äh, so bei mir, äh, ich wollte, äh, als Kind, äh, wollte ich sehr vieles werden. Also, angefangen, äh, mit, äh, Koch, wollte ich damals, äh, ja, habe ich mir so vorgestellt, oder, äh... Mit sieben Jahren Koch zu werden, stelle ich sehr interessant vor. Oder, äh, es reicht ja noch weiter, noch weiter zurück, als ich, also zwei Jahre davor, also als ich fünf Jahre, vier, fünf Jahre alt war, äh, habe ich mir sogar auch vorgestellt, äh, den Beruf zu machen, den mein Vater früher gemacht hat, äh, als Fernfahrer, äh, zu werden. Nur, als ich dann gemerkt habe, äh, was das mit der Familie einstellen kann, äh, habe ich das... Aber dafür bist du ständig in ETS unterwegs und ATS. Ja, äh, ich sag mal so, äh, in ETS und ATS, äh, bin ich da unterwegs, das ist richtig, äh, weil, ich sag mal, virtuell kann ich den Beruf ausüben, aber im, äh, realen Leben leider nicht. Ja, für die Leute, die ATS und ETS nicht kennen, da heißt einmal Euro Truck Simulator, das ist ein LKW-Spiel, wo du, ja, durch Deutschland oder durch Europa fahren kannst, aber auch, äh, durch Amerika, Ameri Truck Simulator, ähm, und da kannst du eben auch einen PC und auch verschiedene Plattformen, oder? Ja, hauptsächlich auf dem PC, also, ähm, es gibt zwar, also soweit, äh, wie ich, äh, weiß, um das jetzt mal kurz, äh, anzuschneiden, soll es auch schon, äh, Handy-Games, äh, davon, oder so eine Art Handy-Game davon geben, irgendwie, also so eine Art Kopie davon, irgendwie so. Aber hauptsächlich, äh, spielt man die Spiele wie, äh, ETS und ATS, also Euro Truck und American Truck Simulator, äh, auf dem PC. Ähm, ja, aber zurück zum, äh, beruflichen, ähm, ja, also mit sieben, äh, sechs, sieben Jahren fing das dann so, äh, mit Koch an, aber als ich dann so, äh, zehn, elf Jahre alt war, äh, und ich hatte ja schon, äh, damals, hab ich mich auch sehr viel mit Autos beschäftigt, ähm, und, äh, und, äh, ich hab auch, äh, sehr viel die Formel 1 verfolgt, äh, und da, äh, fing in mir das im Kopf an, äh, zu rotieren, äh, ich möchte Rennfahrer werden, so. Und das hab ich dann auch meinen Eltern geteilt, also meiner Mutter, ähm, und meine Mutter, äh, meinte nur zu mir, äh, ich spinn. Es war wirklich so der Wortlaut, Nico, du spinnst, äh, und da hab ich gesagt, wieso, äh, ein ganz berühmter Rennfahrer hat das doch vorgemacht, hat Kfz-Mechaniker gelernt und ist dann über den Kfz, äh, Beruf in den Motorsport gegangen. Warum, äh, soll ich das auch nicht können? Ja, wegen, äh, dein Handicap, wenn da was passiert, das ist gefährlich, pipapo, ich mein, äh, klar, äh, egal, äh, was man für ein Hobby, äh, macht, oder, äh, so, man bewegt sich immer so auf einem gewissen Grad, wo man weiß, das kann gefährlich sein. Du bewegt dich da ja auch in Risiko, äh, ich sag mal, Felix von der Laden, Dena, ähm, ist ja auch selber Rennfahrer, ähm, und fährt da jetzt ja auch schon ein paar Jahre, ähm, natürlich, ähm, da sind echt andere Sachen, aber man sieht, äh, man kann echt so oder so, äh, schaffen. Ähm, egal, ob man eine Kfz-Ausbildung hat, oder du vorher Polizist war, oder irgendetwas anderes war, ähm, man muss dich einfach nur da reinhennen, ähm, und du brauch ein Unternehmen, der dich auch überhaupt nimmt. Und beim Motorsport hast du immer Risiko, weil, ähm, das hast du immer, das ist richtig. Ich kann immer irgendwas passieren, aber auch in anderen Berufen hast du auch schon Probleme, ähm, zum Beispiel Dachdecker, ähm, auch Elektriker, äh, wenn du da unter Spannung arbeitest, du packst mal nicht auf, bam, äh, kann echt dich auch irgendwie erwischen, und du liegst ja ein bisschen flach auf dem Boden. Ja, wenn dich 200 Volt auf einmal peitschen, also, äh, ich drück's jetzt mal ein bisschen in, äh, in den spaßigen, äh, Hintergrund. Äh, also wenn dich 200 Volt, äh, auf einmal durchmassieren, sag ich jetzt mal, das merkst du dann schon, das ist auch, äh, ja, mit Elektrik, ist, sollte man auch vorsichtig sein, das ist richtig. Ähm, also egal, in welchem Berufsfeld man irgendwo arbeitet oder arbeiten möchte, ein gewisses Risiko ist immer dabei, aber, äh, wenn man dieses Feld, oder, äh, das, äh, will, äh, muss man, wie es Ben nicht schon gesagt hat, man muss sich da reinhängen, also man muss es wirklich wollen. Ja, der Wille ist, äh, halt das, was zählt, und wenn das dir Spaß macht, das, was du da tust, ähm, dann kannst du auch da aufgehen, in, in, in der Sache, also, äh, für Leute, die das probieren wollen, in diesen, äh, Berufen, oder in manchen Berufen, äh, ihr könnt ja gerne in die, mal in die, äh, Kommentare, äh, schreiben, äh, was ihr so, wie gesagt, auch für Berufswünsche habt, könnt ihr gerne mal reinschreiben, oder hattet, ähm, oder hattet, ähm, und wenige wird dann sicherlich, äh, auch, äh, versuchen, darauf zu antworten, ähm, ähm, aber du auch, Oh, äh, ja, ich natürlich dann auch, ähm, aber ich kann, äh, euch den Tipp geben, oder wir können euch den Tipp geben, wenn ihr einen Beruf wirklich machen wollt, wenn ihr euch da ganz fest vornehmt, das wollt ihr machen, dann versucht es. Es kann, äh, oder es wird freilich immer Leute geben, die euch sagen wollen, nee, äh, lasst das, das ist gefährlich, oder macht das nicht, das ist falsch, ihr müsst selber den, äh, äh, Weg, äh, gehen, also ihr müsst selber, äh, euren Weg wählen, und selbst versuchen, äh, ob ihr das machen könnt, oder nicht, weil ihr könnt selber entscheiden, äh, ob das für euch was ist, oder nicht. Dafür gibt es auch Praktikum, und, äh, äh, irgendwelche Vorbereitungen, Jahre, äh, die euch ja in teilweise in den Arbeitstag auch einsteigen sollen, nutzt die am besten auch wirklich aus, natürlich, äh, die Berufe, die fallen mir dann nicht, okay, dann kann ich einfach, ähm, dann mache ich die Woche durch, und dann weiß ich, ähm, am Ende der Woche, dann sage ich echt dann ehrlich, oder, ähm, sagt das der Lehrerin, oder Lehrer, und dann sage ich, sorry, aber der Beruf ist leider nichts für mich, und das war bei mir, ähm, einen Beruf, ähm, überhaupt nichts, als technischer Zeichner, du warst eigentlich relativ viel, ähm, am PC hast gezeichnet, so 3D-Objekte, es war ein cooles Programm, mhm, aber du musst dann auch die Normschrift hören, und hatte ich eben einfach nicht drauf, und deswegen, hatte ich auch dann wirklich, ja, mach einfach auch mal Erfahrungen, äh, die dir nicht mal gefallen, kannst du durchmachen, aber hinterher bist du schlauer und bei, okay, das möchte ich nicht werden, ähm, ich gehe noch mal kurz zurück, ähm, zu mir, mit, ich glaube, 10 Jahre, 11, ich weiß das auch nicht mehr so, dann, irgendwann, kam auch mal die Idee, Politik, zu werden, äh, okay, ich weiß nicht, warum ich die Idee irgendwann wieder verworfen hab, aber ich weiß, ich hatte die Idee, so, natürlich, du bist damals klein, ähm, oder Detektiv, ähm, ist auch irgendwie immer noch sowas, ähm, ja, äh, finde ich interessant, ähm, ich schaue ja, warum nicht, weil, es ist einfach, wieso ist das interessant, ähm, weil, A, du bist mit Menschen im Kontakt, B, ähm, du kannst mitfiebern oder mit Desel aufklären, und kannst auf Spuren suchen gehen und kannst herausfinden, wo liegt genau das Problem, ähm, das ist wie ein technisches Problem, äh, auch da musst du erst mal schauen, wo, wie komme ich da am besten hin, dass ich sage, jo, du passt es, ähm, ja, das ist, äh, Entschuldigung, ähm, das ist, äh, gleichzusetzen, ähm, mit einem Problem, äh, was ich vor, äh, äh, Wochen hatte, ähm, ich, äh, ich schnall's dir jetzt noch mal kurz an, da wurde ich aus dem, äh, Bett geklingelt, da hat eine Nachbarin, äh, bei mir an der Tür x-mal geklingelt, bin ich dann vor, äh, und hab dann erst mal gefragt, was ist überhaupt los, ich war etwas schon sauer gewesen, weil ich hab schon mittel halb geschlafen, und auf einmal rief meine Nachbarin, äh, bei dir tropft Wasser aus der Wohnung durch den Keller. Yay. Äh, da hab ich gedacht, bitte, äh, no way, das war mein erster Gedanke, aber ich, äh, danach war ich schlagartig wach, weil wenn du so eine, äh, Nachricht bekommst, bei dir läuft Wasser, äh, durch die Wohnung, durch den Keller. Parade für mich, er hätte die Person noch weiter geklingelt, wenn du tief am Schlafen gewesen wärst. Sehr wahrscheinlich. Ich mein, äh, ich mein gut, äh, ich kann, äh, äh, der Nachbarin echt keinen Vorwurf in den, äh, Punkt machen. Jeder andere hätte wahrscheinlich einen Feuerlamp oder irgendwas in die Hand genommen und hätte es da rausgeworfen, sondern auch immer, du lass mich bloß jetzt in Ruhe, ich will mich. ne, äh, aber in dem Punkt muss ich sagen, äh, nein, kann ich ihr echt keinen Vorwurf machen, weil sie hat nur reagiert und hat mir halt Bescheid gekriegt. Aber wenn du so eine Meldung bekommst, dass durch deine Wohnung Wasser läuft und, äh, durch den Keller, dann, äh, bitte was? das ist dann auch keine schöne Sache, nee, wir hatten auch der Baustelle auch einmal so da an einem Tag, ähm, ja, dann normal, ähm, und plötzlich kommt der Schreiner, äh, Elektriker kommt mal, äh, dann komm ich so da hin, auf einmal, Wassermennen an Männen und Männe, äh, flieh, ähm, aus der Hydenes Spülung und ich denk mir so, äh, nein, das kann doch jetzt nicht sein, so. Hoffentlich war keine elektrische Leitung in der Nähe, weil das gibt nochmal extra Fahrt, bei Wasser und Elektrik, ouch. Ich war eine Dose in der Nähe, zum Glück war da ein Deckel drauf, ups, ähm, Oh, da war ne, ja, so ne Absicherung, mh. Aber trotzdem, ja, äh, schnell, da fäng ich erst mal zu schwitzen. Schnell den Önny Sanitäler, so, ey, Sanitäler, komm mal, oben fliegt Wasser raus. Sanitäler, sofort, mitkommen, äh, äh, war dann selber schockiert, wie sonst was. Hm? Das, na je, das war furchtbar. Aber das war dann halb so wild. Ähm, dann musste er mal ein bisschen getrocknet werden, den er mal zwei Wochen lang getrocknet war. was soll man machen? Ähm, ähm, aber hattest du eigentlich damals noch einen, ähm, nach deiner Kfz oder, ähm, Motorsport noch ne andere, ähm, Idee, was du dann mal werden möchtest? Ähm, ähm, weil du bist ja beide, ja, äh, nicht geworden. Ähm, na ja, ich hab die Idee, äh, das, äh, Konzept, dass ich mit Autos trotzdem was zu tun, äh, habe irgendwann oder, äh, also das, äh, der Gedanke ist noch da. Bloß, ähm, dass ich jetzt, das Kfz, äh, oder, äh, in heutiger Form heißt es ja Kfz-Mechatroniker, nicht mehr Mechaniker, Mechatroniker sagt man ja heute dazu. Ähm, das hab ich ein bisschen zurückgestellt, aber mir wurde, äh, ein Angebot, äh, in Form meines Arbeits, äh, meines Arbeitgebers gemacht, dass ich in einer Autoaufbereitung, äh, arbeiten kann, das heißt, ähm, ich bin dafür zuständig, dass dann, äh, die Autos sowohl von außen als auch von innen, äh, gepflegt und aufbereitet werden, also das heißt, ich kümmere mich darum, dass die Autos dementsprechend sich, wenn sie zrecklich reinkommen, sauber wieder rauskommen, sowohl von innen als auch von außen. Äh, das Angebot wurde mir, äh, gemacht und, ich hab da auch schon ein Flyer bekommen, ähm, und bin dann mal gespannt, wann ich dieses Jahr, äh, das Praktikum machen kann. Da bin ich auch mal gespannt, mach du uns oder deinen Zuschauern oder auch mir, dann, wenn ich davon erzähle, und an Erfahrung bin, ähm, ja, und vielleicht, ich werd mal, äh, das dann später auch fragen, also wenn das erst, ich muss erst mal so ans Laufen kommen, aber, äh, wenn das dann so anläuft und gut funktioniert, werd ich dann mal auch, äh, meine, äh, Leute fragen, also meine Chefs fragen, ob ich davon mal ein, äh, Video, äh, vielleicht machen darf und auch kann, und das stelle ich auch dann gerne zur Verfügung, und wenn euch das interessiert, oh, jetzt ist mein Hauptmonitor gerade ausgefallen, äh, wenn euch das interessiert, ähm, dann, äh, stelle ich das auch gerne auf meinen, äh, YouTube-Kanal, also hier auf meinem YouTube-Kanal RolliCamp Votale zur Verfügung, und ihr könnt euch das gerne anschauen, und bin dann mal auf eure Reaktionen, äh, gespannt, und, äh, ja, jetzt kümmer ich mich erst mal wieder, dass mein Hauptmonitor läuft, Moment, bei dir wird da auch vielleicht dieses Jahr, ähm, dann, sagst du, dieses Plastikum macht, ähm, ob du filmen darfst, oder nicht, ähm, ist immer eine andere Sache, ja. Ja, deswegen will ich das ja erfragen, also, wenn, mach ich das, also, wenn ja, also, wenn wir die Erlaubnis geben, mach ich das, wenn nein, äh, probiere ich das über Bilder, und würde dann, äh, dir die Bilder dann, äh, äh, zusenden, und das mal da irgendwie so, wie so eine Art, äh, die ja schon dann irgendwie, äh, hinten, zwar basteln, weil das geht ja gerade, über YouTube auch, ähm, das ist dann ja auch, irgendwie so, aber, das ist, glaube ich, halb so wild, da kümmern wir uns darum, ähm, genau, noch eine Sache zu mir, ähm, ich hatte ja, genau, ich wollte, äh, dich jetzt auch fragen, äh, danke, ähm, was, oder, äh, hast, äh, du noch, äh, dann später, oder auch jetzt, ähm, doch, äh, irgendwas berufliches, äh, im Kopf, wo du sagst, äh, das, was ich mache, ist zwar okay, aber ich, äh, will auf eine andere Position, also, ich will was anderes mal, äh, machen jetzt außer nur Steckdosen, Kabel ziehen und, weiß der Geier was. Ähm, ja, du sprichst da überhand, ähm, ja, ich bin ja, ausgelernter, oder Geselle, äh, als Elektriker, ähm, in Inbau, oder auch Außenbau, das ist eigentlich beides dasselbe, äh, Rüster im Firmenbereich, aber auch Hausbau, ähm, kenne ich mich relativ gut aus, ähm, aber irgendwann, äh, weil ich ja Zeit, circa, mit elf Jahren, habe ich ja damals, ähm, mit Videoschnitt, und, ich möchte irgendwann, ähm, dann den Büromediendestalter, Bild und Ton, dann, anfangen, wann das wird, habe ich keine Ahnung, cool, ähm, ich lache mich ein bisschen, darüber überraschen, ähm, das wird, oder vielleicht wird da auch immer nur ein Traum, bleiben, ich weiß das nicht, aber ich merke daran, unsere Zeit ist schon am Ende, wir hoffen natürlich, dass euch die Folge heute, wieder gefallen hat, und, bei, ähm, nächsten Podcast, auch wieder dabei seid, ich hab's jetzt, äh, nicht so, ganz auf dem Schub, um was es da geht, aber, äh, das nächste Mal, sprechen wir, über die Zeitumstellung, dann, äh, 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 ja, Zeitumstellung, äh, da sprichst du, äh, auch wieder, gerade, nur was anderes, das seht ihr beim, also, das hört ihr beim nächsten Mal, äh, wenn es um die Zeitumstellung geht, und da gehen ja die Meinungen auch gerne mal auseinander, das hört ihr beim nächsten Mal, und wir würden uns freuen, wenn ihr auch wieder mit dabei seid, und, äh, das sehr zahlreich zuhört, und lasst uns gerne, äh, eure Kommentare wissen, wenn euch das, äh, die Folge und die anderen Folgen gefallen haben, hinterlasst gerne einen Daumen nach oben da, und, wenn ihr keinen Podcast und kein Video mehr von uns verpassen wollt, dann abonniert gerne unsere Kanäle, wie beim, wenn die beim BlogTV Kanal, oder, äh, den Let's Play Studio TV Kanal, oder auch meinen Kanal, den Rolli-Kämpfer-Kanal, gerne ein Abo dalassen, Daumen nach oben, gerne einen Kommentar hinterlassen, und beim nächsten Mal gerne wieder einschalten. Bye, bye! Bye, bye!